Musik Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Happy Wheels und in der letzten Folge gab es richtig schlechte Kommentare und zwar deswegen, weil ich genau dieses Level hier von Vaginal Support falsch gespielt habe und zwar, ja, habe ich nicht gewusst, dass es ein Charakter, der sich Pogo nennt oder der halt auf einem Pogo steht, dass es den gibt und deswegen habe ich das einfach nicht geblickt, dass man da mit so einem Charakter durchfetzen kann und jetzt werde ich das heute mal spielen dafür, weil ich es in der letzten Folge halt nicht spielen konnte, weil ich es nicht gecheckt habe, oh ne, alter, das war schon richtig gut, puh, bam und mit Schwung, so, jetzt schaffen wir es und zack, einfach mal ein Looping machen, zack, und zack, zack, puh, Headshot, zum Glück habe ich einen Helm auf, sonst wäre ich jetzt kaputt, zack, okay, oh je, oh ne, ach man, wieso denn, wieso, ah, nein, und yes, Mist, da kommt schon, zack, und durch sind wir, und ich habe da eine richtig gute Taktik gefunden, und zwar den hier, zack, und Mist, okay, hier komme ich nicht ganz vorbei, let's, okay, komm, das schaffen wir schon, das bringt mir nichts, Ah, Mist, hängt gerade ein bisschen hier bei mir, also die, ach, muss gerade ein bisschen überlegen, das ist schon richtig schwer gemacht, ach, komm, nein, nein, ach, ich stöhne hier schon halb, Hä, was ist jetzt los, ich habe keine Taste gedrückt, oh, ich robbe da durch, ich robbe einfach drunter, oh mein Gott, ist das Robben, schon, oder, kann man schon als Robben bezeichnen, ein Robben ist hier unterwegs, versteht ihr, zack, okay, einmal werde ich noch hier, zack, und jetzt nicht, das war nur ein Probesuch, Leute, keine Angst, okay, jetzt, und zack, Mist, ich verliere immer den Schwung, ah, yes, ich müsste mal auf so einem Turm drauf nochmal springen, dann würde es mich in die Decke fetzen, glaubt ihr nicht, glaubt ihr schon, wenn ihr das gesehen habt, glaubt ihr es, ich müsste es nochmal schaffen, oh, okay, ich sollte vielleicht aufhören zu stöhnen, das kommt vielleicht nicht so gut, oh, yeah, bam, alter, zack, zack, wenn ihr jetzt denkt, wieso machst du nicht einfach das nächste Level, wenn du es nicht schaffst, oder wenn du so langsam bist, dann habt ihr euch, ähm, nicht falsch gedacht, denn ich möchte die Levels hier alle, oder so gut wie möglich alle, oder sobald sie halt möglich sind, ähm, alle machen die Levels, yeah, ich hab 189 Sekunden gebraucht, und ich hab keine Ahnung, wie viele Minuten es waren, aber egal, also wir gehen mal ins Menü wieder, ins Menü, so, und dann schauen wir mal, was haben wir denn noch nicht gespielt hier, Minecraft abhauen, komm, das spielen wir, jawoll, 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 super, nice, los, Twitter, was wir, ach, das haben wir ja schon gespielt, ne, äh, Minecraft, Minecraft, Minecraft Auto, habe ich auch schon gespielt, ähm, okay, probieren wir das hier mal, mit dem Müllwagen, hey, Minecraft, ich will ein kleines Level erstellt, ah ja, das haben wir ja in der letzten Folge schon gespielt, ha, 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 ähm, okay, hier ist nochmal ein Minecraft Pogo, das hier ist mein zweites Level, und das erste für dich, bester Mann, hm, achso, sein zweites Level insgesamt, aber das erste für mich, ähm, okay, ist wieder ein Pogo-Level, bitte, bitte bewerte am Ende mit Noten 1 bis 6 und schau, wie viele Münzen du am Ende hast, okay, äh, zack, ach, Mist, äh, äh, Alter, mich haut sie wieder zurück, nein, es ist scheiße, wenn es mich zurückkaut, und jetzt, ha, ach, Mann, Alter, da freut man sich schon, und dann ist einfach mal, fahrt es mich wieder zurück, so, oh, 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 ach, ach, du scheiße, Mann, hey, Leute, oh, scheiße, Mann, Alter, ist das geil, ich hab mir einfach mal den Ding hier durch den Bauch gerammt, ach, du scheiße, Mann, ah, geil, so, und nochmal von neu, hier, so, oh, oh, das war nice, und, ach, Mist, oh, ah, komm, beim ersten Mal bin ich irgendwie immer so schlecht, aber dann, geht's, oh, yeah, und diesmal nicht aufgespießt, puh, so, nochmal ein Looping hier, so, oder, nicht Looping, sondern ein, eine Drehung, oh, yeah, ich würde mal gerne sehen, wenn es mich hier auf den Arsch, mal auf den Arsch aufspießt, das wäre mal ganz interessant, also, hört sich jetzt komisch an, aber, wäre bestimmt lustig, he, he, ähm, okay, anderes Thema, uh, scheiße, Mann, fast, ich bin ein ehrgeiziger Mensch, Leute, deswegen, hole ich mir da gleich die erste Münze, bam, Alter, gibt's ja nicht, so, und nochmal, oh, jetzt, aha, wie ein Super Mario, zack, ich hab Angst vor diesen Dingern, nein, oh, oh, du Scheiße, Alter, wie soll man denn da vorbeikommen, ich als Pogo-Noob, na gut, jetzt bin ich hier an so einer Stelle gestorben, jetzt würde ich mal sagen, ja, verlasse ich das Level, äh, ich hab's jetzt nicht bewertet, aber ich glaub, das kann ich auch gar nicht, weil ich bin gar nicht hier angemeldet, bei Total Jerkface, und deswegen, kann ich's auch nicht bewerten, glaub ich, oder, kann ich das, kann ich's bewerten, oh, ich kann das hier gar nicht außerhalb, also ich muss das Level erst spielen, ähm, na gut, aber ich geb dein Level hier so im Video, vom Video aus halt, äh, mal, 3,5 Sterne, weil, ja, weil, Baum, okay, hey, hey, mein YouTube, das ist mein erstes Level für dich, es, äh, war ursprünglich für Paluten gedacht, aber ich habe es für dich etwas umgeändert, viel Spaß, Dankeschön, okay, dann rassen wir hier mal durch die, äh, City, oh, krass, Mann, okay, gut, das, starten wir gleich mal neu hier, ich glaube, ich muss einfach über die, oh, verdammte Scheiße, Alter, okay, Take 3, oh, Alter, oh, shit, komm, fang mich auf, ah, ah, da habe ich doch Palutengesichter gesehen, hm, doch nicht ganz umgeändert, oder was, nisch, man, oh, yeah, oh, shit, ah, immer so kurz vorm Ziel, ne, ah, Mann, 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 aber ich muss so ein bisschen Willi machen hier, zack, und dann geht noch nicht, ah, komm, einmal noch, Freunde, nicht einmal noch, sondern so lange, bis wir es geschafft haben, nein, komm, Fahrrad, komm, Körper, der Körper, nein, oh, Mann, okay, du Mann, mit dem Schnurzer, du machst es, mit dem Schnauzer, meine ich, Mann, mit dem Schnauzer, er schafft es schon, mit seinem Kind, ich möchte mit meinem Kind darüber reiten, Mann, Wollte ich mal was anderes probieren, okay, komm schon, wir schaffen es, aber nicht morgen noch da, okay, oh, Mann, Alter, okay, ich bin bereit, und, let's go, Mann, ey, das war auch, echt krass, wie schnell der sein Genick hier bricht, und alles, wie schnell ist den Körper auch zu fetzter, Wahnsinn, Mann, wieso treffen die mich so schnell, oh, oh, es gibt's doch nicht, es gibt's doch nicht, yes, Freunde, yes, ich hab's geschafft, danke an, hd-0-hd, alter, geiles Level, ne, okay, ja, hier steht's, ich muss eingeloggt sein, und ich hab kein Account, oder kein Konto hier, auf diesem, auf dieser, äh, Seite, und deswegen kann ich's nicht bewerten, so, hier sehe ich jetzt gerade nochmal eine zweite Map, von Vaginalsupport, hi, meine Typ, dieses Level ist nicht kopiert, ich habe es nur nochmal hochgeladen, weil der Pokoman, der Springmann nicht eingestellt war, ach so, ach so, ja, ist immer das gleiche Level, wie das Minecraft-Pogo hier, nur, dass man nur den Pokotypen spielen kann, äh, okay, dann spielen wir jetzt mal noch ein Level, und das ist hier Minecraft-Biker, äh, Minecraft-Biker, hallo Minecraft-Biker, das ist mein fünftes Level für dich, ich hoffe, du hast Spaß, und sag mir, ob ich mehr machen soll, na gut, da sag ich dir gleich mal, dass du für die nächste Folge vorbereitet bist, okay, wow, alter, das sieht geil aus, oh yeah, oh, nein, 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 okay, ich glaube, das ist das Ende, das Ende der Welt, uh, okay, überlebt, äh, überlebt, meine ich, oh shit, nein, wieso fliege ich da mal runter, ich glaube, ich muss da anders vorgehen, oh, ohne Sohn geht's auch, uh, ich schweb durch die Luft, oh, yes, 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 ah, das ist so ein Ding, das sich dreht, wenn man jetzt auf, ähm, das ist wie so eine Waage, quasi, also, wenn man auf der einen Seite steht, dann geht's da runter, und wenn man auf der anderen ist, geht's da, oh, oh, habt ihr das, oh, nein, 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 verdammte Scheiße, oh, shit, was war das denn, er hat sich in der, es laggt, es laggt, nein, hm, hm, wieso denn, wieso laggt es genau in diesem Moment, Alter, genau in dem wichtigen Moment laggt's, ist der Wahnsinn, was, was, okay, komm, wir machen das, machen das, oh, yeah, bam, bitches, geschafft, halt, ich werde ja noch krank, oh, Alter, oh, oh, nein, nein, bitte, ey, sag mir nicht, dass ich jetzt verloren hab hier, da drüben ist das Ziel, da ist das Ziel, da ist das Ziel, oh, scheiße, man, das gibt's ja nicht, so kurz vor dem Ziel, fuck ich ab, ich kann's gerade echt nicht glauben, ne, ich kann meinen Körper hier noch bewegen, meinen Kopf, meinen Arm, der hier noch vielleicht an einer Szene, haben wir im Körper festes, das ist witzig, ich kann ihn trotzdem noch bewegen, ne, Magic ist das, sieht man nicht mal noch ein Knochen oder so, das ist ein rotes Band, hm, na gut, Freunde, das war's von dieser Folge, oder das war's mit dieser Folge, von Happy Wheels, wenn ihr uns gefallen habt, könnt ihr eine positive Bewertung hinterlassen, und ich stehe jetzt hier gleich wieder auf, nachdem ich das Video beendet hab, und dann, drehe ich weiter Videos, yeah, zack, I love it, da, 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 okay, haut rein, schau, äh, haut rein, lol, oder warte, ich muss halt, äh, das Level hier muss ich ja noch bewerten, und zwar, finde ich das richtig cool, und deswegen gebe ich dir 4,5 Sterne, und du kannst gerne mehr Levels machen, also, ja, das sollte genug Feedback sein, also, hier, von mir kriegst du 4,5, gut, also Leute, macht's gut, haut rein, ciao, ciao, ciao,